Hallo und Willkommen zu Let's Play Gelände Wagen Simulator 2009 Also spielen wir doch mal weiter in der Meisterschaft. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon ziemlich viel gespielt hier. Und ich guck mal wo ich jetzt noch ein paar Sterne holen könnte. Wie man sehen kann, sind hier überall schon fast alle Sterne komplett erreicht. Ja, aber probieren wir doch einfach mal hier jetzt. Schöner Ladebildschirm. Mit 0FPS, 1FPS. Sehr schönes Auto. Mit schicken Scheinwerfern. Und fertig geladen. Vier Minuten. Müsste schachbar sein. Machen wir mal auf Heckantrieb. Und guck mal, der schnült los. Auf und ab und auf und ab. Ach ja, da kämpft man doch gar. Ab durch die Hecke. So, fahren wir mal weiter und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und ja und hopp und und hopp und hopp und hopp und hopp. Zieh, 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 komm, 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 komm. Ah, ist das Wasser so tief? Nee, komm hier durch. Ja, schön. Und mit Schwung. Und mit Allrad an. Yeah, oh. So. Wir haben schnült die Heftal erreicht nach einer Minute. Jetzt müssten aber noch. Nein, es ist uns. Zwei oder drei. Komm. Checkpoints, natürlich. Müsste, wenn man irgendwo hängen bleibt und man schon ewig nicht Zeit hat. Yeah. Hopp, hopp. Mal wieder Allrad raus. Fährt man nämlich auch schneller. Immer dieser olle Matsch am Rand hier. Fährt man sich hier nur zu gerne öfters mal fest. So. Nächster Checkpoint und Ena kommt jetzt noch, der ist immer ein bisschen schwerer zu erreichen, weil ich hier Matsch fest hänge. Schau mal hin. Verdammt. Verdammt. Habe ich das noch schaffen, in ein halb Minuten hinzukommen? Hm. Kann mich den Luftdruck ablassen? Komm, zieh. Zieh. Ja, schöne Ding. Dann pumpen wir die Reifen wieder auf. Dann pumpen wir die Reifen wieder auf. Da hinten sieht man schon, ist das Ende. Ja. Komm, schaffen wir noch. Ja, komm, 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 da stehen sie schon. Ja. Geschafft, super. Wie man sieht, hat doch schon ziemlich viel Geld und schon einige Punkte eingesammelt. Ja. Ja. Leider keine weitere Strecke freischaltet. Denn hier und da sind noch Strecken freizuschalten, würde ich meinen. Obwohl ich gerade keins sehe. Hier zum Beispiel ist noch ein. Hier ist noch eine Orientierung, die man machen müsste. So, die geht dann hier irgendwo durch den Busch und da und hier und hinten. Da muss man irgendwo hochkommen, wo man fast ja nicht hoch schafft. Aber sollte man ja gut irgendwann noch schaffen können. Ja. Dann zeige ich hier noch kurz meine beiden Fahrzeuge. Der ist für das Gelände. Sieht man ja, Geländentauigkeit 92 von 100. Und der erste ist für das Rennen. Da sieht man ja die Geschwindigkeit 96 von 100. Und der Schleunigung 93 von 100. Ja. Und das war's dann mit meinem ersten Let's Play. Hoffentlich hat's euch gefallen. Über einen Kommentar würde ich mich freuen. Bye, bye.